so dann würde ich sagen hallo freunde herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde von transport fieber auf unserer hoffentlich bald schönbaumap wir lernen es ja gerade so ein wenn ich hier nach kerstadt zurückkomme das hat mich gestern nerven gekostet hier das ding das war gar nicht witzig mal gucken wenn wir jetzt ein bisschen laufen lassen ob sich denn der verkehr ein bisschen beruhigt und ob denn die linien so einigermaßen angenommen werden hier steht noch niemand hier stehen welche und hier steht auch schon jemand viele leute sind es noch nicht die da rumstehen aber ich denke das wird langsam aber sicher losgehen hier was sieht denn das aus da unten einer von 186 U-Bahn guck dir das an einen wunderschönen guten Abend Pheros hi U-Bahn sagt er hat sich der Kern am Steuer gestern gewünscht dass ich ne U-Bahn baue was bin ich verzweifelt du kannst es dir nicht vorstellen aber sie scheint so einigermaßen zu funktionieren wie gesagt ein paar leute stehen hier schon da kommt noch welche runter können wir eigentlich da irgendwie rausgehen ne ne Kern statt West da müsst ihr ja jetzt eigentlich umschalten macht er aber nicht ah die Ansage funktioniert auch sehr leise aber es funktioniert nach Kernstadtzentrum unterwegs nach Kernstadtzentrum ach jetzt funktioniert es gestern Abend waren nämlich die Anzeigen auch genau umgekehrt wenn er nach Zentrum gefahren ist stand West dran und wenn er nach West gefahren ist stand Zentrum dran warte kurz worauf geht er raus schau dir mal die schöne leere Map an such dir mal ne Gegend aus dass sich das ändert achso ja ne hat ja funktioniert wenn du das jetzt anguckst hier steht da jetzt einmal umdrehen steht der Zentrum drauf und er fährt nach Zentrum rum so Grunow natürlich wieder ja sicher das wohin hättest du es denn gerne oben rechts also nordöstlich wo denn hier ungefähr gehen wir mal von oben ganz rechts langsam runter und du lenkst mich so ein bisschen rechts links runter und so weiter genau zwischen die Berge hier rein ja in den Kessel ja ok dann kommt hier jetzt Grunow rein was für eine Stadt darf es denn sein welche Größe ungefähr natürlich riesig warum habe ich es nur vermutet ihr wollt mir die Map jetzt schon mit den Städten alleine zerschießen kann das sein Dürren glaube ich nicht ich denke eher das ist Grunow zack haben wir auch Grunow dabei so hier hätten wir schon Hannover und Basinghausen haben wir denn sonst noch jemanden im Chat der hier eine Stadt bauen möchte vermüder vermüder ist von dem für Spreewald was nein nicht zu viele dann warten wir einfach ein bisschen ab auch das wird noch funktionieren so pass mal auf können wir es denn noch editieren Cargo was hättest du denn gerne ein Cargo Gewerbe und Industrie einmal Waren jawoll und Baumaterialien jawoll was meinst du wollen wir dir dann schon mal eine schöne Buslinie einrichten dann kommen wir nicht mit U-Bahn dann muss ich dich leider hauen wie gesagt einmal nie wieder eine Tram jawoll ok pass mal auf das war nämlich folgendermaßen aufrüsten genau rüsten wir hier mal die Hauptverkehrsstraßen schon mal so ein bisschen auf dass wir da später nicht irgendwann mal Probleme mit bekommen wird natürlich ein bisschen was zerschossen aber ich denke dass es sich doch lohnen wird ich komme davon aus dass wir doch ganz schnell wieder nachwachsen nachwachsen hier vielleicht nochmal rum die großen Straßen so genau was hättest du denn gerne für Tramhaltstellen ungefähr das ist natürlich eine ganze Menge normale Haltestellen Kram die zu einer U-Bahn führt nein wie gesagt U-Bahn mach ich nicht mehr hat sich erledigt das Thema gestern so verzweifelt beinaheins in die Tastatur hier gebissen wie kommen wir denn rum wir gehen jetzt einmal hier rum würde ich sagen da ist aber wieder einer wichtig dann machen wir hier oben Wendepunkt hin ja ich weiß ich weiß ich bin nicht ganz schusselig ich bin nicht ganz schusselig nur ein bisschen zentraler Omnibus Bahnhof ok funktioniert denn der aber der muss ja funktionieren ich bin mir fast sicher dass der funktioniert zweiter Straßenanschluss ja elektrifiziert große Straße oh guck dir das an guck dir das an ich bin nirgends reingefahren das kann gar nicht sein das hast du aber komplett falsch verstanden doch doch nein nein ich denke nicht ich fahr doch nirgends fahr doch niemandem irgendwo rein in ETS was macht man doch nicht so brauchen wir immer noch die Wendeschleife weil ich denke das sieht sonst doof aus wenn die Trams mit einer Straße ja doch eigentlich schon mit einer Straße wenden ist das doof so bist hier aber ziemlich leise finde ich gerade warte mal audio bla 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 so fortsetzen hier sind die Tramgleise schon drauf gott aufrüsten mit Tramgleistool mit Tramgleistool so hallo das kann ja gar nicht sagen was du da erzählst als ob ich irgendwie mal rein fahre dann beginnen wir hier oben fahren hier her von dort 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 und dort hin hier hin hier hin hier und 8 7 6 5 4 3 2 so welche Farbe soll denn die Linie haben ja funktioniert noch nicht funktioniert leider noch nicht Teros ich arbeite daran schwarze Linie schwarze Linie jawoll Grunow Tram Linie zack pass mal auf dann würde ich sagen bauen wir doch hier gleich an die Ecke sieht doch eigentlich ganz hübsch aus jetzt bauen wir das Tramdepot hin was hältst denn davon wohl werden wir nachher vielleicht noch von woanders von hier hinten zum beispiel da rum warte mal pass mal auf ähm da ziehen wir erstmal eine Straße für den Fall der Felle das wir nachher wie gesagt nochmal hier rüber bauen zack sooo youtube müsste jetzt aber eigentlich funktionieren da hab ich eben nochmal nachgeguckt tut es nicht warum nicht hm stört mich wir brauchen ein Tramdepot weil der Bot stirbt sooo was haben wir denn hier schönes drin aber ich weiß es gar nicht wie gesagt das ist ein komplett neues paket jetzt aha 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 okay okay VTSM Düwagen in Halle Bochum okay Tatra ja welche denn von den Tatrafen welche denn von den Tatrafen die dreifach emu jawohl ähm besser vier Stück erstmal ne muss ja noch nicht übertragen gleich am anfang wie ich zur haltestelle kann nicht gefunden werden warum elektrifiziert guck mal müssen wir es auch noch elektrifizieren nicht nur gleise legen 400 stück, ach T-Ros, T-Ros, T-Ros Oberleitungen ja, ach hier sind keine oder was? hier auch nicht so, sonst müsste das jetzt aber eigentlich funktionieren ah, guck mal, schon geht es los doch hat er, sonst werden wir jetzt nicht losfahren können ach, ich hab heute da irgendwie, weiß nicht na, er sieht aber hübsch aus da hinten ein Bahnhof dran geknallt, irgendwie schauen wir mal, kann man machen oh, fünf Zuschauer, wenn mich OBS jetzt nicht anlügt ich bin aber dann noch alles im Stream, wer ist denn noch dabei? okay, meldet euch mal, macht mal laut hier fehlen noch viele Städte könnt ihr noch ein paar Städte bauen, mit euren Lieblingsnamen und so weiter und so fort na, guck mal, und schon sind es nur noch drei eben was auf fünf ich fülle es dir die Leute an, legen sie vor Schreck auf da gibt es ja gar nicht da ist auch schon mal ein schönes Städtchen hier, guck mal, hier steht schon jemand ach, ist ja herrlich wie auch ich das групп ist so wie auch das das ist da auch wie wie so wie nochmal eine Länge so rum und dann den Außenbogen dann sind wir schon wieder auf dem Rückweg na die haben aber ganz schön Schieflage hier beim laufen was sieht das denn aus? und die Arme hinterm Rücken verschränkt aber vollkommen querch ja die läuft normal bei ihm sieht es auch gut aus da kommt schon die nächste Bahn und da sitzt steht auch schon jemand anderen oh na jetzt wird es aber voll hier sehr gut das sieht nicht gesund aus was die da macht ne oder? macht man das heute so? ne er liest Zeitung hat er die Zeitungshause liegen lassen? er auch 5 Passagaya schon dabei das ist gut so na wollen die Team nicht mal zu gehen? will er nicht mal weiter fahren oder so? oh ah auf dem Weg nach Meisenweish auf dem Weg nach Meisenweish ... Dann immer vorne so ein bisschen den Kurven ein bisschen raus getragen. Na hier kommen wieder ein paar Leute rein, schauen ob jemand aussteigt, ja tatsache, aber 4 bis 5 Leute im Schnitt, ist doch denke ich ok, kann man drauf aufbauen. So jetzt hat der hier noch rum und der ist schon wieder da, sehr gut. Doch müsste auch funktionieren, wenn man sagt hier hinter baut man einen kleinen Bahnhof hin oder was, kann man hier vielleicht noch ein kleines Örtchen hinmachen und geht dann hier so an der Senke vorbei. In einen Ort hier oder hier von mir aus.